Irgendwas passierte noch, ich sag's euch. Musik ist auch weg. So, und dann gehen wir hier mal ganz kurz nach ganz unten. Okay. Die Überlebenden waren also nicht menschlich, bedauerlich. Damit wäre nun der Tod der gesamten Besatzung bestätigt. Von diesem Szenario wäre auszugehen, doch ich hatte bis zuletzt die Hoffnung, warte ich denke, die X haben den Forscher nur wegen seines Wissens identifiziert. Er konnte den Kampf mit ihnen nicht gewinnen. Der restliche Besatzung diete den X lediglich als Nahrungsquelle. Sie entwickelten sich und werden zunehmend stärker, Samus. Es gibt mittlerweile einige Arten, die resistent gegen ihre momentanen Waffen sind. Das HQ hat diesen Entwickler vorhergesehen. Sie stehen kurz davor, die Entwicklung von Powerbombendaten zu beenden und sie zu senden. Sind ja, ja. Führen sie unverzüglich den Download durch. Die Auswahl an Datenräumen ist auf diesen einen Sektor 5 arg begrenzt. Okay. Ja, Sektor 5. Ich bin noch am überlegen, ob wir mal gucken, was es hier noch gibt. Aber dadurch, dass da schon eine Sache ist, wo wir nicht weiterkommen, können wir eigentlich später mal schauen. Wirdley. Das habe ich vorher nicht geguckt. Ach stimmt, wir konnten den Sektor nicht überleben. Also haben wir einen Wirdley. Das ist nicht gut. Ich finde auch krass, dass Wirdley so irgendwie der Gegner ist bei Metroid. Aber trotzdem eigentlich ja gar nicht der Hauptgegner ist oder eigentlich nur so ein Zwischengegner. Genau wie Kraid und so. So, Nummer 5. Oh. Powerbomb. Also wie ich schon meinte, wir können mit Glück das Spiel heute schon durchkriegen. Aber ob es so ist, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Jetzt wir gucken. Sektor 5 ARC. Dann zeige ich mal her. Aber ich zeige Ihnen noch einmal seine Position. Sind die Anweisung klar? Ja. Machen Sie sich auf den Weg. Mach ich. Jetzt droht der mir auch noch. Das wirkt ihm wie eine Drohung. So, und ich speichere hier auch nochmal ab, denn sicher ist sicher. So. Nochmal einmal hier alles holen. Eigentlich ist es besser, wenn man hier nochmal abspeichert. Dann müssen wir nicht nochmal hier hin und alles machen. Ich muss sagen, so aus der Energie spalten wir echt viel. Oh. Hä? Ja, das ist unsichtbar, ja. Okay. Ja. Also hier fehlt auch noch ein... Ach ja, hier fehlt mir die Bomben, ne? Warte mal, da geht... Ja, ist eigentlich egal. Okay. 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 Okay, ist immer noch was am... Moment. Fällt was ein. Kann man da oben tricksen? Ich weiß nicht, ist das beabsichtigt? Wiegt aber so ein bisschen, ne? Shit. Ich würde sagen, es ist beabsichtigt. Okay. so wo müssen wir lang einfach nur geradeaus was ist mit dem fliegeding da finde ich echt gruselig das wird sich am stunden noch zeigen was es ist oder warum es existiert denke ich mal ja rot ist noch nicht offen da kommen wir noch nicht durch genau datenraum d so dann zeige ich mal her powerbomben einsatzbar halte im ballen modus er und drücke b ok sehe gerade andere bomben okay ok ok Moment. Hä? Wie komme ich denn jetzt zurück? Muss ich jetzt den ganzen Weg da... Moment. Nee. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Könnt ihr mir aber glauben. Aha. Ah nein. Und das ist immer so traurig. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Gegenstand. Ich spüre es. Das coole an den Bomben ist, dass die alles kaputt machen. Aber man nicht dann alles durchgucken muss. Aber schön, dass wir noch einen Energietank gefunden haben. Ach. Okay. So, mal kurz speichern. Jo. Ich muss sagen, so für den ersten Durchlauf sieht das echt gut aus. Also wir haben echt viele Energietanks. Also ich denke mal noch zwei, drei Stück gibt es. Würde ich jetzt so behaupten. Ich bin jetzt ja auch kein... Ne? Ne? Experte. Ja. Ja, sehr gut. Ähm, okay. Ja, sehr gut. Okay. Hallo. Ah, shit. Ja, shit. Na gut, dass ich den eingesetzt habe. Okay, also das ist das erste Mal, wovon Samos weglaufen müssen. Samos X sogar. Ja. 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 So, was ist hier los? Hallo? Ja. Ja. Nun nochmal so ein Ding, aber das ist trotzdem ganz gut. Ähm, wie soll man da rüber? Hä? Okay. Okay, Moment. Okay, Moment. Doch, das geht. Oh, nein! Und nochmal. Und nochmal. Okay, Moment. Hm. Hm. Ich hab sogar gedrückt, ich hab sogar gedrückt. Und nicht das gedrückt, was ich sollte. Ich hab sogar gedrückt. Okay. Ja, da oben ist zu wegen der roten Tür. Ach. Ich hab sogar gedrückt. Ich konzentriere mich grad so extrem, sorry. Ach. Moment. Moment. Was? Ah, okay, das musste ich machen. Alles klar. Jetzt können wir mehr davon tragen. Aber dass hier nix ist? Okay, komisch. So, dann wollen wir nur in die Irre führen. So. Dann regeneriere dich mal. So. Jetzt einmal speichern. Ja. So. Ich spreche hier auch nochmal separat. So. Und zack. Sag mal an. Kommst zurück, Lukas. Ich hoffe, es hat gemundet. So. Äh. Kehren sie zu ihrem Schiff zurück, Samus. Ich muss ihnen etwas zeigen. Was? Okay. Das ist gruselig. Ich hab, also jetzt hab ich Angst. Ich glaub, so langsam kommen wir ja auch durch. Sind wir da? Ja. Also es ist, glaub ich, nicht mehr so viel. Ja. Die Flasche ist leer. Wo ist meine andere Flasche? Da. Also es ist hier mal auf, ich war sie be breathier. Ich will sie nicht mehr. Das war es war, auch so viel. Dann Either, oder? Untertitelung des ZDF, 2020